Ich habe euch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes mitgebracht. Es sind brandneue Tabletten. Ich glaube, von denen habt ihr noch nicht gehört. Denn in diesen Tabletten ist wie ein kleiner, Empfänger integriert, wie eine kleine Antenne, sage ich mal. Und das heißt, du schluckst diese Tabletten. Und ich kann, also man braucht Empfänger-Sender, man hat einen Sender. Und ich kann mit meinem Handy etwas programmieren. Und dadurch wird das Innere des Menschen verändert. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen mit unserer Charakterveränderung. Wer möchte, kann jetzt eine Tablette schlucken. Und sagen, ich will eigentlich freundlicher werden. Und ich werde es in mein Handy eintippen, und so wird das geschehen. Wer möchte eine Tablette schlucken? Einerseits denkt man, man möchte diese Veränderung. Aber dann denkt man, nee, so will ich sie glaube ich doch nicht. Und ich möchte, dass Gott mich doch selbst verändert. Ich möchte doch selber diesen Weg gehen. Ich möchte doch selber diesen Weg gehen. Es ist doch mein Leben. Es ist doch mein Leben. Und wenn ich jetzt einfach so eine Tablette schlucken würde, das wäre ja irgendwie, das wäre ja wie Manipulation. Und wenn ich einfach eine Tablette nehme, dann wäre das wie eine Manipulation. Noch mal, für alle Fälle, falls jemand zuhört, oder was weiß ich was, das war nur ein Spaß mit den Tabletten. Heutzutage muss man alles noch mal klarstellen. Und die Sache ist, wir möchten nicht, dass sich jemand in unser Leben einmischt. Denn ich habe ja meine Meinung. Und meine Meinung ist immer richtig. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn meine, meine heilige Meinung gar nicht meine Meinung ist? Was ist, wenn ich eigentlich die Meinung eines anderen vertrete und denke, dass es meine ist? Um es nochmal bildhaft zu machen, ihr kennt das wie Kinder, die ein ferngesteuertes Auto haben. Und der eine steht da und hat seinen Joystick, seinen Controller und das Auto fährt dahin, wohin er lenkt. Es ist, im Grunde genommen, ich finde, dieses Bild beschreibt das Wort Manipulation großartig. Denn Manipulation bedeutet, dass jemanden in eine Richtung zu lenken. Потому что Manipulation означает, кого-то направлять in определенное направление. Und wir erleben in unserem Leben Manipulation eigentlich fast täglich. Du denkst, das kann doch gar nicht sein. Du gehst in den Einkaufsladen. Und ich hatte das letztens mit meiner Frau, sie nimmt sich Marmelade raus und ich frage sie, warum nimmst du diese Marmelade? Weil sie die teure nimmt. Sie sagt, ich sehe ja nichts anderes. Ich sage, guck mal da unten. Dort ist das günstige. Das teure ist immer auf Augenhöhe. Damit du siehst und nimmst. Es ist alles so gemacht, damit du möglichst viel Geld ausgibst. Warum ist an der Kasse sind noch extra die Süßigkeiten und alles Mögliche? Damit die Kinder, die sich beschweren, sagen, Mama, ich will das da und rumschreien und die Eltern keine Möglichkeit haben, als den Kindern das zu geben. Потому что дети, видя это, начнут кричать und plackать und sagen, ich will das, und die Eltern haben kein anderes выход, als das zu kaufen. Manipulation. Man lenkt den Menschen zum Einkaufen. Manipulation und so dachte ich mir, diese Predigt passt sehr gut. mir ist einfach aufgefallen, wir verfolgen eine Serie. Wir haben gesagt, werdet stark im Herrn. Ich habe gesagt, будьте сильны in der Glocke. Und es wurde darum, über die Waffenrüstung wurde gesprochen. dass wir stark werden, dass wir stark werden, dass wir stark werden, dann haben wir eine Predigt gehört, halte fest, was du hast. Und dann haben wir eine Predigt gehört, halte fest, was du hast. Halte den Segen fest. Und heute, wenn wir über einen Menschen sprechen, der stark war, der gesegnet war, aber sein Segen nicht festgehalten hat. Und ich denke, wenn ihr an einen starken Menschen in der Bibel denkt, wer fällt euch als erstes ein? о сильном человеке aus der Bibel. Kого ihr in der ersten Zeit Samson. Ganz genau. Samson, genau. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er seine Kraft verloren? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er seine Kraft verloren? Und ich dachte mir, er wurde doch von den Frauen manipuliert. Und ich dachte mir, er wurde doch von den Frauen manipuliert. Erinnert ihr euch ungefähr an die Stelle, ganz grob? Wspomните das место? Und ich dachte mir, das ist die perfekte Stelle, um Manipulation zu zeigen. Und ich dachte mir, das ist die perfekte Stelle, um Manipulation zu zeigen. Ach, diese bösen Frauen. Oh, diese zlые женщины. Aber dann fing ich an mir, das Leben von Samson anzuschauen. Und ich dachte mir, so schnell kann man die Situation nicht bestimmen, so schnell kann man die Frauen nicht verurteilen. Und so nannte ich die Predigt Muskeln, Mädchen und Manipulation. Und so schauen wir uns an, in was für einem Zustand Israel war. Und ich lese aus Richter 13.1. Wir steigen ein. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie 40 Jahre der Gewalt der Philister aus. Vielleicht erinnert sich der ein oder der andere, als ich noch über die Altäre gesprochen habe. Wir sehen in dem Buch der Richter ständig das Verhalten Israels, dass sie sich abkehren von Gott. Und Gott ruft und versucht sie zu sich zu ziehen. Und es gibt ja dieses schöne Sprechwort, wer nicht hören will, muss spüren oder muss dementsprechend leiden. Und deswegen, sie haben nicht gehört und das Einzige, wenn sie anfangen zu rufen, ist, wenn sie in einer Notlage sind. Sie waren in der Gewalt der Philister. Und Gott sieht Israel und liebt Israel. Und er sagt, es muss jemand kommen, der sie befreit. und er sagt, jemand muss kommen, der sie befreit. Richter 13,5. Das spricht der Engel zu der Mutter von Simson. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Nazaräer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Und schon spricht Gott und hat eine Berufung für sein Leben. Du und ich, wir sind glücklich, dass wir irgendwann zum Glauben kamen. Und wir stellen uns zum Beispiel die Frage, was ist meine Berufung? Und hier wurde er noch nicht berufen und Gott macht es so klar und so deutlich. Man merkt einfach, hier heißt es ja schon, dass er ein Nazaräer war. Das heißt, er war noch mal besonders, ich sag mal, eine besondere Gruppe, die noch mal für etwas Besonderes bestimmt war. Und er musste auf bestimmte Dinge verzichten. Und er sollte von irgendwelchen Dinge zu trinken, wie es hier schon heißt, nicht die Haare schneiden und nichts Totes berühren, damit in Verbindung kommen. Um es so ganz grob zu sagen. Und deswegen, Gott hat diesen Menschen schon gesehen für eine bestimmte und klare Mission. Du sollst Israel von den Philistern befreien. Ich möchte noch mal ganz kurz die Punkte wiederholen. Das heißt, Gott sieht Israel. Gott sieht Simson. Gott sieht Samson. Seine Mutter oder seine Eltern haben den Engel gesehen. Его Mama, его родители видели Angela. Merkt euch einfach diese Stellen, wir gehen weiter, denn es hat viel mit dem Sehen zu tun. Okay, Simson wird geboren. Wie geht es weiter? Samson rождается und Und die Frau brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Der Herr segnete ihn, als er heranwuchs. In Mahane, dann, das zwischen den Städten Zora und Eshtaol gelegen ist, begann der Geist des Herrn ihn zu bewegen. Ist er noch 26? 24, 25, okay, danke. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, wir sehen, dass der Herr ihn schon gesegnet hat in seinem Prozess, sage ich mal, des Erwachsenwerdens. Und hier heißt es, der Geist des Herrn bewegt ihn an bestimmte Stellen. Es waren die Stellen, die erobert werden müssen. Der Geist Gottes wollte ihn für den Kampf vorbereiten. Samson ist berufen. Er hat eine übernatürliche Kraft. Gott führt und zeigt ihm, was er erobern muss oder in welche Richtung sein ganzes Leben geht. Gott fängt an mit dieser innerlichen Vorbereitung für seine Mission. Es läuft alles genial. Aber die Frage ist, was macht Samson? Wir sprechen in das 14. Kapitel, die Verse 1 bis 2. Eines Tages, als Simson nach Timna hinabging, fiel ihm bei den Philistern ein Mädchen auf. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinem Vater und seiner Mutter davon, in Timna habe ich bei den Philistern eine junge Frau gesehen, die möchte ich gern heiraten. Was machst du da in Timna? Du sollst da nicht hingehen zur Frauensuche. Du musst gucken, wie du die Philister eroberst. Wie du Israel befreist und dir da keine Frau suchen. Außerdem ist es nach dem Gesetz überhaupt nicht erlaubt. Er sieht die junge Frau und sagt, Tim, möchte ich gern heiraten. Er sieht die so stelle ich mir leider kein Nazirea vor. So sieht kein Nazirea aus. Was antwortet sein Vater? Verse 3-4 Sein Vater und seine Mutter wandern ein. Gibt es denn keine Frau in unserem Stamm oder unter den Israeliten, die du heiraten kannst? Warum musst du dir ausgerechnet bei den unbeschnittenen Philistern eine Frau suchen? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die und keine andere zur Frau, denn sie gefällt mir. Und hier sehen wir wo wo Wille Gottes eigentlich liegt und was Simson möchte. Ich meine besser kann man es nicht sagen gib mir die und keine andere zur Frau denn sie gefällt mir. Ich stelle meine Wünsche über den Willen Gottes. Ich stelle meine Wünsche über den Willen Gottes. Und wir sehen das noch am Anfang, wir werden gucken wie sich das entwickelt, aber hier sehen wir schon eindeutig irgendwas passt nicht mit dem Mann, irgendwas läuft nicht richtig. Aber ich bin der Meinung Gott kann auch oftmals unsere Dummheit benutzen. Denn Samson war nicht und wollte gar nicht kämpfen. Aber was im vierten Vers heißt es sein Vater und seine Mutter merkten nicht, dass hier der Herr am Werk war und einen Anlass sucht, gegen die Philister vorzugehen, die damals über Israel herrschten. Und er war nicht bereit, in den Kampf zu gehen. Und jetzt ist Gott sogar einverstanden und sagt, okay, dann übertrittst du das Gebot. Aber wenigstens jetzt durch diesen Streit fängst du wenigstens endlich den Kampf gegen die Philister an. Samson macht doch etwas. Samson geht gegen das Gesetz, aber sogar das gebraucht Gott, um wenigstens seinen Plan durchzusetzen. Wir sehen, dass Gott geht gegen das Gesetz, und das geht und das einfach zu viel. Und als er eines Tages unterwegs ist, greift ihn ein junger Löwe an. Und er hat die Kraft Gottes genutzt und er tötet diesen Löwen. Und dann heißt es in Vers 14, 8, einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Frau zu heiraten. Er verließ den Weg, den er wollte nach dem Kadaver des Löwens sehen. Und da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Nazirea, du darfst nichts Totes anfassen. Auch hier übertritt er wieder eine Regel, eine Grenze. Und hier er wieder fünf правila Grani dir ist doch alles gegeben, du bist doch berufen, Gott hat dich doch auserwählt. Und wir sehen, wie er Gesetz nach Gesetz übertritt. Und wir sehen, wie er er präsentiert, закон zu законом. Wir gehen weiter. Simson ist langweilig. Samson ist langweilig. Und er denkt sich ein Rätsel aus. Aber es ist klar, dass die Felister dieses Rätsel nicht lösen konnten. Aber es ist klar, dass Felistin nicht lösen diese задачen. Warum er das? Wollte er sich noch mal 30 Armani Anzüge verdienen? Er hat er noch 30 kostüme von Armani was war sein Herz? Warum? Und es hätte wahrscheinlich auch geklappt. Wäre da nicht seine Frau? Was hat sie getan? Richter 14 16 Da ging die Frau weinend zu Simson und sagte du liebst mich nicht du hast mich du hast meinen Leuten ein Rätsel aufgegeben und verrät mir die Antwort nicht. Nicht einmal meinen Vater oder meine Mutter habe ich die Antwort verraten antwortete er warum soll ich sie dir sagen Er kam auf diese wunderbare Idee Idee mit mit dem Rätsel hat Gott ihm das gesagt Nein und so gibt er dieses Rätsel weiter die Frau kommt zu ihm er kann nicht anders als nach zu geben und verrät es ihr auf seine Kraft was macht er im Vers 19 da kam der Geist des Herrn über ihn und er ging hinunter in die Stadt Ashkelon er schlug dort 30 Männer nahm ihnen die Kleider weg und gab sie den Männern die sein Rätsel gelöst dann kehrte er wütend zum Haus seines Vaters zurück und als ich vorher diese Verse gelesen habe dachte ich mir okay der Geist des Herrn kam über ihn anscheinend war es der Wille Gottes Die Kraft war ein Instrument was ihm gegeben wurde um Israel zu befreien so wie dir und mir gaben gegeben sind und jetzt sehen wir was er mit diesen gaben anstellt du hast die Kraft befreien Israel was tut er er macht irgendwelche Rätsel und jetzt erschlägt er einfach nur 30 Männer weil er ihre Kleider haben will er hat sie nicht umgebracht um Israel zu befreien völlig am Ziel vorbei совершенно mimo цели überhaupt nicht im Willen Gottes вообще nie wole Божьей im Grund genommen war es hier Mord und Missbrauch der Kraft Gottes Und so springen wir zu der nächsten ganz besonderen Stelle Seine eigentliche Frau wird mit dem Brautführer verheiratet Und er soll jetzt die jüngere Frau bekommen Seine Reaktion Zorn Ich weiß gar nicht wie man auf sowas kommt aber na gut 300 Füchse hat er gefangen band sie paarweise an den Schwänzen zusammen und befestigte eine Fackel zwischen die Schwänze Er hat 300 Füchse gefangen das sage ich so Er 300 Füchse gefangen sie an den Schwänzen zusammen und eine Fackel dazwischen gepackt und dadurch wurden die Felder der Felister zerstört Ich denke es sah besonders aus war es der Wille Gottes Nein war es nicht Hat er dadurch Israel von den Felistern befreit Nein hat er nicht Es war nichts anderes als ein Ausdruck seines Zorn seines Hasses Äußerlich war er stark Innerlich war er schwach Er hat seine Stärke durch seine äußere Stärke zu kompensieren Ein schwacher schwacher Charakter Und so wollen sich die Felister rächen für das was er gemacht hat und sie suchen Simson Wo ist er bloß Er versteckt sich beziehungsweise er ging in eine Felsenhöhle Und so lesen wir in Richter 15 Da zogen 3000 Männer aus Judah zu der Felshöhle von Etam hinab Sie sagten zu Simson Ist dir denn nicht bewusst dass die Felister über uns herrschen Was hast du da angetan Aber Simson antwortete Ich habe mich nur für das gerecht was sie mir zu gefügt haben Er ist eingesetzt als Richter Er soll das Volk zu Gott führen und zur Befreiung von den Philister Jetzt kommt aber das Volk zu ihm und sie fragen ihn Weißt du nicht dass wir unterdrückt werden von ihm dass sie über uns herrschen Es 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 Mann um ihm deutlich zu machen dass er völlig falsch liegt und seine Reaktion wie ein kleines Kind Ich habe mich doch nur gerecht für das was sie getan haben Ich denke so sieht kein reifer Leiter aus Und so kommt es dass er mitgenommen wird sie haben ihn zu den Philistern gebracht Dort löste er sich und tötete 1000 von ihnen Das ist auch eine interessante Geschichte aber wegen der Zeit wir können nicht alles lesen Und dann wurde er irgendwann durstig nach so einer Aktion wird man natürlich durstig Und dann spricht er zu Gott und sagt Gott du hast deinem Diener diesen großen Sieg geschenkt und jetzt soll ich vor Durst sterben und in die Hände dieses unbeschneidenen Volkes fallen Da ließ Gott Wasser aus einer Höhle bei Lehi sprudel und Simson trank und gewann neue Lebenskraft er nannte den Ort En Hakore und diese Quelle ist bis heute in Lehi zu finden 15 18 bis 19 11 22 20 22 23 Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr findet die Stellen auch so interessant. Dann schaut mal hier, mit was für einem Motiv kommt er zu Gott? Er sagt, soll ich vor Durst sterben? Jetzt, warum? Und in die Hände dieses unbeschnittenen Volkes fallen. Warte mal, wo hast du dir gerade deine Frau rausgesucht oder wolltest sie dir raussuchen? In diesem unbeschnittenen Volk? Es ist einfach egoistisch. Ich komme zu Gott, will einfach nur irgendwas von ihm haben, damit er das erfüllt, was ich möchte. War es der Wille Gottes? Oder natürlich wollte Gott nicht, dass er in die Hände dieses unbeschnittenen Volkes fällt. Aber Samson ist doch zu ihnen schon fast hingelaufen, sage ich mal. Er wollte gar nicht gegen sie kämpfen. Und erneut gibt Gott ihm die Möglichkeit und die Chance und er schenkt ihm etwas zu trinken. Wie viel Gnade Gottes er erlebt. Man könnte sich auch denken, höchstwahrscheinlich hat Simson ein Bekehrungserlebnis gehabt. Vielleicht hat er jetzt verstanden, dass er gegen die Philister kämpfen muss. Das wäre wunderbar. Aber einfach nur zum Verständnis lese ich noch gerne einen Vers Richter 16.1. Einige Tage ging Simson in die Philisterstadt Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und verbrachte die Nacht mit ihr. Было бы хорошо, но мы прочитаем дальше, чтобы лучше понять. Пришел однажды Samson в Gaza и увидел там Blудницу и вошел к ней. Gott sah Israel. Бог видел Israel. Gott sah Simson. Бог видел Samson. Die Eltern von Simson sahen einen Engel. Родители Samson видели Ангела. Wen sah Simson? Кого видел Samson? Frauen. Женщины. Und die haben sein Leben bestimmt. И они управляли его жизнью. Das ständige Übertreten der Gesetze. Постоянное преступление закона. Das Leben nach seinem eigenen Willen. Жизнь по его собственной воле. Und so kommt es zu einem besonderen Moment zum Ende seines Lebens hin. И так приходит к особенному Momentу, к концу его жизни. Das ist das wahrscheinlich bekannteste, was man von Simson weiß. Die Frau Delilah. Einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delilah. Delilah lebte im Tal Sorek. После того полюбил он одну женщину, жившую на Долине Sorek. Имя ей Delilah. Delilah. Er verliebte sich wieder. Он влюбился снова. Er liebte das, was er sah, mehr als das, was Gott ihm gegeben hat. Он любил то, что он видел, больше, чем то, что Бог ему дал. Und man könnte sich denken, wie ich schon gesagt habe, im Laufe der Zeit hat er sich vielleicht doch ein bisschen verändert, oder? Можно было подумать, что в течение времени он немножко изменился. Aber genauso wie wir am Anfang beim Rätsel gesehen haben, dass die Frau zu ihr meinte, warum erzählst du mir nicht die Lösung dieses Rätsels? Но так же в начале с этой задачей, как эта женщина ему говорит, почему ты не дал мне ответ этой Загадки. So hat Delilah ihn gefragt, erzähl mir doch, was ist das Geheimnis, warum du so stark bist? И так Delilah его спросил, расскажи, в чем Тайна твоей силы? И сказала Delilah Сансону, все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей, если ты воткнешь семь кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздиами в тканой колоде. И как мы видим, он опять выдает то, что Господь ему дал. Первое, это была просто Загадка, которую он сам придумал. А здесь уже он просто предает свое призвание, предает Бога, предает свою силу. И там мы читаем дальше, что когда пришли Philistимляне, у него больше не было силы. И там стоит написано, и не знал, что Господь отступил от него. Потому что Самсону была дана Сила, чтобы исполнять волю Божью. Это то, что делало его особенным. И теперь он теряет свою силу. И без этой силы он не может исполнить волю Божью. Что за Трагедия в этой ситуации? Eine Berufung есть в своем жизни, он есть Назарея, все выглядит настолько прекрасно. И мы видим, как он делает шаг за шагом в неправильном направлении. И в конце концов он теряет свою силу. И можно подумать, что все, это конец. Но нет, и здесь Господь дает свою милость. Потому что Симсон риф к Богу. Это говорит в некоторых Версах, 28-30. Симсон риф к Богу. tötete Simson im Sterben mehr Menschen als in seinem ganzen Leben. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Bibelstellen heute. Aber ich hoffe, dass ich einigermaßen vermitteln kann, wie dieses Leben von Simson verlaufen ist. Er verlor seine Kraft. Und es heißt im Nachhinein, dass sie ihm im Grunde genommen das Augenlicht nahmen, das er nicht mehr sehen konnte. Er konnte nicht sehen. Gott sah Simson. Und wir haben gesagt, sein Leben lang hat er im Grunde genommen auf die Frauen geschaut. Und hat noch auf andere im Grunde genommen Sünden, oder er hat halt das Gesetz übertreten. Und jetzt hat er keine Augen mehr. Und ich denke, womöglich war das die Möglichkeit, mit seinen inneren Augen vielleicht nochmal zum Herrn zu schauen. Und zu sagen, Herr, noch ein einziges Mal. Und zu sagen, Herr, noch ein einziges Mal. Gib mir doch bitte diese Kraft. Gib mir doch bitte diese Möglichkeit. Gib mir doch bitte diese Möglichkeit. Und genau in diesem Moment hat er, wie es hier heißt, mehr Menschen umgebracht, als während seines ganzen Lebens. Hier ist der Schlüssel. Er fing endlich an, ein wenig auf Gott zu schauen. Er war bereit, sein Leben, oder beziehungsweise er war bereit zu sterben. Und dann geschah wenigstens nur der Anfang von dem, was Gott eigentlich wollte. Denn Gott wollte Israel befreien. Aber ich sehe hier nicht, dass er sich komplett zu Gott gewandt hat. Dann, was ist sein Motiv? Hier heißt es wieder, ich möchte mich rächen für den Verlust meiner Augen. Aber ich denke, wie wichtig es doch wäre, hätte er doch viel mehr auf den Herrn geschaut. Wäre er am Anfang bereit gewesen, zu sterben, dass sein Ich, sein Ego, seine Wünsche sterben. Bыл бы он вначале готов умереть, чтобы его Egoizm, его Я, умерло? Wie würde sein Leben dann aussehen? Как бы тогда выгляделa его жизнь? Wurde er manipuliert, wie ich am Anfang gesagt habe? Bыл бы он полностью manipuliert, как я уже вначале сказала? Er ließ sich manipulieren. Он позволил собой manipulieren. Er ließ, dass seine Schwäche, dass, im Grunde genommen, seine Schwäche Macht in seinem Leben hat. Он позволил, чтобы его слабость имела власть над ним всю его жизнь. Wäre er innerlich stark gewesen im Herrn, wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Был бы он сильным в Господе, то оно не пришло бы, не пришло бы к тому, к чему пришло в конце. Und deswegen die Frage, die ich mir und dir stellen möchte, auf wen schauen du und ich. Поэтому я хочу задать тебе mir вопрос, на кого мы смотрим. Denn das wird unser ganzes Leben kontrollieren. Вот на то, что мы смотрим, будет контролировать всю нашу жизнь. Dass du und ich Christus kennen, ist super. Что ты и я знаем Христа, это super. Samson был беруфен от Мутер-Лайба. Самсон был призван с утробой матери. Но его жизнь проходила не так хорошо. Потому что он не взял на Господа. Die Frage ist, blicken ты и я täglich на Господа. Вопрос о том, ты и я смотрим ли мы каждый день на Господа. Мы готовы умереть, чтобы наша старая природа умерла. Если я, то будут происходить чудесные вещи через нашу жизнь. Dann wird das, was Gott für dich und mich vorbereitet, hat, mehr und mehr in Erfüllung gehen. Тогда то, для чего нас Господь призвал, будет больше и больше приходить в исполнение. Манипуляция. Манипуляция. Es ein Lenken. Это направить. Und ich möchte, dass mich der Herr lenkt. И я хочу, чтобы Господь меня направлял. Tut es nicht der Herr? Если это не делает Господь. Es ist mein Ego. Это мой Ego. Es ist Sünde. Это грех. Oder noch irgendwas anderes. Man kann nicht von der Sünde manipuliert werden, wenn du auf den Herrn schaust. Man muss es zulassen, damit es geschieht. Und wir sehen anhand von Simson, wie ein Leben verlaufen kann. Und wir sehen anhand von Simson, wie ein Leben verlaufen kann. Und ich habe ein Zitat gelesen, es hat mir so gefallen, ich erzähle es euch. Simson war ein wunderbarer Leiter. Nur in die falsche Richtung. Nur только в неправильном направлении. Und deswegen, Simson ist im Grunde genommen ein Held, aber ein Negativbeispiel. Samson, он в принципе Герой, но только он negативный пример. Und so danke ich Gott für dieses Wort. И я благодарен Богу за это Слово. Dass sie auch aus den Fehlern anderer Menschen lernen dürfen. Что из ошибок других мы можем учиться. Dass dieses Wort so ehrlich ist. Что это Слово настолько честное. Und uns zeigt, wie Gott ihm immer und immer wieder Möglichkeiten gibt. И показывает нам, как Бог снова и снова дает ему возможности. Wie Gott sich im Grunde genommen, ihm einfach so viel Liebe und Gnade schenkt. Что Бог, в принципе, так много любви и милости ему дает. Und das schenkt auch dir und mir. И он дает тебе и мне. Und das ist ein Grund, warum wir ihm danken dürfen. И это причина, по которой мы можем его благодарить. Aber zugleich ist es eine Warnung, dass wir Verantwortung für unser Leben tragen. Но одновременно это также предупреждение, что мы несем ответственность за нашу жизнь. Es hat immer zwei Seiten. Всегда есть две стороны. Und deswegen, meine Lieben, ich möchte euch einfach motivieren, dass ihr euch vielleicht auch diese Geschichte zu Hause, vielleicht ab heute oder nächste Woche nochmal durchlest. Поэтому, дорогие, я хочу вас motivировать, чтобы вы дома прочли еще раз эту историю. Da steckt so viel drin. Там так много всего внутри. Weil ich konnte leider nur einen kleinen Teil davon erzählen und auslegen. Но я, к сожалению, не мог только маленькую часть из этого рассказать. Поэтому, я хочу, чтобы мы вместе помолились. Чтобы это слово, оно заикарилось в нашей жизни, в нашем сердце. Чтобы мы направляли взгляд на Господа. Jesus, мы благодарны Тебе. Мы взираем на Тебя. Иисус, мы хотим, чтобы то, что ты вложил в нашу жизнь, пришло в исполнение. Иисус, мы не хотим смотреть на себя. Мы не хотим быть направленными своими собственными желаниями. Через неправильные мотивы. Мы не хотим, чтобы твои силы. Иисус, мы не хотим, чтобы те, которые ты нам дал, использовать для своих собственных целей. Сondern мы хотим сказать, «Хер, туй ты с нами, что ты хочешь. И поэтому мы говорим, Господь делает то, что ты хочешь через нас делать. Помоги нам на этом пути. Denn wir sehen, dass nicht Gaben entscheidend sind, sondern die Charakterveränderung, Herr. Der Wunsch, seine Sünden aufzugeben und zum Herrn zu kommen. So bitte dich, ersegne uns. Dass wir auf dich schauen. Dass wir dich lieben. Dass wir, dass du das Wichtigste bist in unserem Leben, Herr. Und selbst wenn Menschen uns zu etwas Schlechtem überreden wollen, oder uns irgendwie ihre Meinung aufbinden wollen, die nicht mit deiner Meinung übereinstimmt, dass wir nicht nachgeben. Dass wir keine Menschenfurcht haben. Sondern klar deine Meinung und deinen Willen vertreten. Но чтобы четко исполняли твою Wille und твое мнение. Jesus, mach uns stark. Jesus, делай нас сильными. Damit wir das versagen können, was du uns gegeben hast. Dass wir auf dich schauen. Dass wir auf dich schauen. Dass wir auf dich schauen. Und dass nur du unser Leben längst beeinflusst. Und dass nur du unser Leben längst beeinflusst. Jesus, wir danken dir für alles. Господь, wir bedanken dir für alles. Amen. Amen.